Hallo liebe 96-Fans, ich bin Noah Gelsa Renan-Basee. Ich freue mich auf die kommende Saison mit euch. Mein Lieblingsort in Hannover ist das Stadion. Mein Lieblingsreiseziel ist Nigeria. Neben Fußball gehe ich gerne golfen. Ganz ehrlich, dann esse ich auch mal das, was ich will. Bestell mir vielleicht mal eine Pizza. Mein Lebensmotto ist gesund zu leben, gesund zu bleiben. Ich denke, dass es sehr wichtig ist.